Wieder gut zu werden? Du weißt doch gar nicht, was du redest, Spinne! Ich habe nie an der Seite von euch Helden gekämpft. Ich habe nie für euch gestimmt. Ich wollte nie, dass es Helden gibt. Und dennoch ist das, was ich nicht wollte, wahr geworden. Und warum ist das so passiert? Weil die Welt ungerecht ist. Gerade du solltest doch wissen, dass man nicht alles bekommt, was man will. Oder etwa nicht? Tut mir leid, schlag den Kopf, darauf kann ich nur eines sagen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ach ja? Dann willst du also kämpfen? Und zwar richtig? Aber ich nicht! Denn wenn ich richtig kämpfe, ist selbst der stärkste Kämpfer, dem Untergang geweiht. Denn meine wahre Macht ist mächtiger als deine. Das lass uns doch mal sehen. Kannst du eine Dampflokomotive stoppen, die mehr als 52.000 kmh schnell fährt? Ganz lokomotive? Dieses alte Eisen? Dann lass das doch irgendwo reinkrachen. Das tue ich nicht. Du würdest das garantiert machen, Squeeze, aber ich nicht. Du willst also wirklich, dass ich richtig kämpfe? Dann kann ich nur noch eines sagen. Das ist jetzt der erste richtige Schlag, den ich jemals an irgendjemandem austeile. Der allererste Schlag, der so mächtig ist, dass es dich vor Schneidbeiner zerreißt. Das war ein Schlag. Ach, das kannst du jetzt zurückschlagen, Kopf. Ach, Vollspeed. Meine Finger. Ach, warte. Ach, meine Finger. Ach, meine Finger. So einfach geht das nicht. Da brauchst du schon etwas mehr. Ich wirst du zu einem einfachen Schlag nicht los, wie du willst. Da gibt es eben einen härteren Schlag. Hä? Kwaa! 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 Was zum... Kwaa! 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 ist, spielt jetzt für mich momentan erst, ehrlich gesagt, keine allzu große Rolle. Jetzt muss ich mal den Schlangenkopf aus dem Weg schaffen. Jetzt schau ich mir das später an. Sonst morgen oder halt irgendwann. Weht zum Teufel. Oh. Nimm das. So einfach geht das, wenn ich richtig zuslage. Soll ich noch einmal? Aber wie wäre es, wenn ich dieses Mal nicht komplett auf die Schlage, sondern auf irgendjemanden anderes? Das ist ein Tore. Felle. Der Kampf hat mich Kraft gekostet. Seid abzuhauen. Der Kampf hat mich auf. Für heute habe ich echt schon genug.